Hallo, mein Name ist Florian Schommer. Ich bin freiberuflicher Illustrator und lebe in Berlin. Eins meiner Lieblingsgebiete ist das Gestalten von Erscheinungsbildern bzw. das Packaging-Design. Lass uns nun erstmal das kreative Briefing durchgehen, was ich von Adobe Stock bekommen habe. Erstelle mithilfe von Adobe Stock ein fiktives Packaging-Design bzw. Branding für ein Themengebiet deiner Wahl. Okay, gehen wir erstmal auf Adobe Stock. Hier suchen wir jetzt nach Produkten. Ich finde diese Art von Fotos sehr passend und würde sagen, lass uns doch einfach ein Packaging-Design für diese Seifenfirma erstellen. An diesem Punkt würde ich jetzt nochmal zu Adobe Stock gehen, um verschiedene Referenzen rauszusuchen. Wir nehmen nun die finale Version unseres Etiketts, ziehen diese auf das ausgewählte Mockup und hier ist das fertige Produkt, was wir heute gemacht haben. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Checkt gerne auch meine Stock-Collection auf Adobe Stock. Mein Name ist Dorian Schommer, macht's gut.